Willkommen liebe Geschwister im Glauben und alle Freunde darüber hinaus. Wie ihr bekanntlich gehört habt oder meinen Kanal kennt, habe ich viele Gebetsverhörungen und Taten in Elohim gehabt und getan. Eine der Taten war zum Beispiel, dass ich zu Gott, dem himmlischen Vater gebeten habe, dass der Tatschal den Antichristen wegnimmt, ihr könnt den Heiligen Geist dazu befragen, oder dass er Plastikmüll aus den Meeren entfernt, und dass der Ozean wieder sauber bleibt und die Fische Lebensraum haben und die Tiere dort. Und dass die Autos nicht mehr betankt werden müssen und die Scheibenwischerflüssigkeit nicht mehr gewechselt werden muss, die Bremsflüssigkeit nicht mehr gewechselt werden muss, die Autobatterie voll bleibt und der Reifendruck gleich bleibt. Und das war es auch schon in dieser kurzen Nachricht. Ihr könnt für so vieles Gutes beten. Alles, was euch einfällt und was der Gott, der himmlische Vater für gut heißt, wird geschehen und ihr empfangt es. Also dann, liebe Geschwister, ich liebe euch und freue mich schon auf die nächsten Pfeilvideos und Musikvideos und Funvideos. Ciao, Baba! So, Baba!